Herzlich Willkommen bei Chivalry. Wir spielen Capture the Flag und ich bin noch gerade unter der Karte, wie man im Hintergrund sieht, das sieht sehr merkwürdig aus, aber ich bin bei Agatha und mit mir im Kanal ist der gute Zombie. Im Kanal? Im Channel. Darf ich nicht Kanal sagen? Im Team klänge besser. Ja, die wissen doch nicht, dass wir gerade im Teamspeak sind. Wieso wissen die das nicht? Natürlich wissen die das. Die Zuschauer, die das Video angucken, meine ich. Guckt euch ja an, so sieht die Kanalisation von Chivalry aus. Ja, ich bin auch gerade noch unter der Map. Das sieht sehr strange aus, ne? So, gehen wir in die Verteidigung oder in Angriff? Es gibt wieder auf Capture the Flag. Okay, ähm, keiner. Beides, alles. Wir verteidigen und nehmen die Flagge dabei. Ja, das ist immer der Fehler meistens, dass, äh, dass alle alles machen wollen und dann macht keiner keins. Dann können wir ja verteidigen. Hier, ich fange an, indem ich dich trete. Hey, was? Hier, ich trete dich zurück und zwar in die Eier. Ich stehe ins Gesicht. Ey, das macht Schaden. Hörst du auf. Ah, hinter dir, hinter dir, hinter dir. What? Oh, 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 um Gottes Willen. Ja, aber wirklich, ey. Jetzt pass mal auf. Ja, da ist, äh, hier, siehst du, da krakelst du so rum und, ähm, mach dir eine auf dicke Hose und dann bist du tot. Das will doch keiner. Ah, jetzt sterbt endlich. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Dabei hab ich die nicht. Die rennen schon mit unserer Flecke los. Ja, wer ist denn schuld, ist das jetzt? Hallo? Wer hat mich getreten und mir den, äh, den wichtigen Prozentsatz an Leben, oh, Entschuldigung Barkas, äh, nee, nicht Barkas, sondern der andere. Weißt du, was gerade passiert ist? Nee. Der Gegner, der unsere Flagge hatte, ist an Fallschaden gestorben. Pass auf. Ach, komm schon. Ich weiß aber nicht, wie sie so schnell sein können immer. Den Joker sollte man wirklich den Bogen wegnehmen. Ach, komm schon. Ich dich sonst noch ein Auge damit auf. Bullermann, was soll das denn? Du hast einen Doppelkill im eigenen Team gemacht. Dazu gehört schon einiges, muss ich sagen. Hoffentlich ist der Teamspeak und schämt sich mit roten Bäckchen. Habe ich ja noch nie gemacht, sowas. Ein Doppelkill? So, unsere Flagge ist schon wieder unterwegs, ne? Ich töte mich einfach selber, bevor mich Joker nochmal trifft. So, fertig. Was passiert eigentlich? Dann wird man... Ach, Joker ist da oben. Hier komm ich nicht mehr runter. Ist ja doof. Der Fungamer hat die Flagge für uns. Ja, aber die von... Also unsere Flagge ist auch weg, ne? Ach, komm schon, Joker. Was nicht schlecht als Bogenschütze, aber ich finde, das ist schon sehr schwer. Also ich bin ja kein Freund von diesen Bogenschutz... Sachen. Ne. Also wenn jemand als... Wenn ein Feind es gut kann, dann mag ich es nicht. Ansonsten gefällt es mir gut. Ach Gott, da kann man ja... Da kann man ja voll vergessen. So weit kann ich nicht werfen. Ich muss jetzt Bogenschütze machen, glaube ich. Ich finde das ganz interessant. Ich muss doch eh die Wasserfreie spielen. So, der Schwab ist tot. Und die Miri auch. So, mach mal einer diesen... Ah, da ist schon einer dran mit dem Bogenschutz. Aua. Aber der alter Schwede, der hatte ich wirklich gemacht. Ja, ich hatte versucht dran zu gehen, aber er hat scheinbar den Sound so laut, dass er die Schritte hört. Der Hund. Ach, die haben schon unsere Flagge oder haben die ihre? Ich weiß es nicht. Mason hat, warte, hat die Flagge erobert. Ja, Mason-Ord. So, jetzt habe ich ihn weggemacht, den Joker. Da hat er sich jetzt zu früh gefreut und dachte, boah, der schnellt. Dann schaue ich doch mal, ob ich an die Flagge komme. Die Jessica ist viel zu schnell. Die kommt zu euch, zu der Flagge. Ich bin nicht bei mir bei der Flagge. Ich versuche jetzt schon, die Flagge zu erobern. Ach ja, die hören uns ja. Ja, da war ja was. Nicht, dass Gonzo hier gleich nochmal reinschnaubt. So groß ist der auch nicht für einen Mops. Naja, aber keiner weiß, dass das ein Mops ist und alle denken, du bist das, der hier so reinschnaubt. Genau. So. Ich bleib weiterhin in der Verteidigung. Da waren zwei. Habe ich Blut ausgeschalten. Ah, das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Hier, Worte. Ich krieg's da. Du stirbst jetzt. Oh, ich wollte eh. Oh, das kann nicht angehen, ey. Der Bob hat mich mit einer Wurfachs getötet. Aber der Gabo hat mich gerecht. So, vielleicht sollte ich auch nicht die ganz langsame Einheit nehmen. Mit der war ich noch nie besonders gut. Immer so mit den Mitteldingern. Damit ist man immer besser gefahren. So, jetzt gehe ich aber zur Flagge. Ach, ich habe dich ganz gut runtergehauen, Vortex. Keine, keine Sorge. So, da kommen wieder welche. Oh, da sind sogar welche unterwegs um unsere Fahne. Oh, runtergefallen. Und Punkt. Sauber. Tererras. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir einen Punkt? Ja. Ach, ist das schön. Ja, ja, ja. Und die Fahne von den Gegnern läuft schon wieder. Agatha. Sehr gut. Aua. Ne, ich muss eindeutig mehr spielen, dass ich überhaupt ein Schwert abwehren könnte. Ich kann nur zuhauen. Aber wenn ich's das... Go, Rumpel. Hm. Zack. Joker ist weg. Kein Bogenschütze hier. Bogenschützen sind nicht erwünscht. Mensch. Bin ich mal in der Lage, einen Bogenschützen zu besiegen. Hm. Boah. Schleiche ich mich wieder voran. Boah. Wenn man ins Wasser fällt, dann kriegt man auch super viel Schaden. Ist ja ätzend. Kein Counter-Strike. Ja. Vorsicht, da kommt jemand hoch zu der Flagge. Ein Läufer. Ich spreche hier schon in Schacht-Termini. Ich kann nicht sehen, wer das ist. Vielleicht kann ich ja auch mal einen Punkt für unser Team machen. Weil als glänzender Stern des Teams ... Ach, Meri. Mit der Flagge läuft man langsamer, oder? Ähm, ja, das tust du. Ich nehm mal wieder meine Lieblingskombination. Achso, ich wollte eigentlich Bogenschütze machen, ne? Komm, das haben wir auch schon wieder aus der Community gesagt, ich soll nochmal Bogenschütze machen. Ich weiß aber nicht, warum die das sagen, weil ich bin eigentlich echt nicht gut als Bogenschütze. Aber na gut. Wollen wir mal nicht so sein. Vorsicht, die Flagge! Ich hab, ich hab ne Flagge. Ja, hat die, die, der Gegner auch leider. So. Ich hab keine Ahnung, ob ich verfolgt werde. Das hört sich aber so an. Aua. Das war mein... ...Arm. Schade. Ich weiß nicht, wie die Bogenschütze das immer hinkriegen. Ich... ...graf's nicht. Immerhin... Oh, Team Blau, holt euch die Flagge. Sonst nehmen sie noch ein. Aber das sieht nicht gut aus. Beide Flaggen sind drüben. Ja, aber unser Team kämpft da drüben noch wacker. Noch ist nichts verloren. Das hört man gern. Auch wenn's von hier aus nicht so aussieht. Äh, wessen Flagge ist jetzt da weg? Äh, wir haben wieder einen Punkt verloren. Also, die Feinde haben zwei Punkte wie einen. Oh, das geht so. Alter. Alter. Ach komm! Was ist denn los mit dem? Der cheatet. Das hat man sowieso relativ... Oh! Der Joker hat dich mal wieder weg gemacht. Ja. Wer sonst? Wo ist der denn jetzt? Bin sogar immer gelaufen, stehen geblieben, gelaufen, stehen geblieben. Ist der schon wieder aus seiner Position oder was? So. Ne, der ist grad am herlaufen. Dann laufe ich jetzt eben unten durch die Stadt. Okay. kann ich nochmal kriegen. Jetzt nur das Schild bekomme ich. Da ist einer hochgelaufenen Zombie, der kommt zu dir. Zu mir? Mhm. Ich bin grade schon wieder tot gewesen, aber... Ja, der kommt aber in Richtung, in deine Richtung. Huh, warum häng ich denn da jetzt? Werde mich beeilen, die Flagge zu verteidigen. Ah, ist das spannend. Gott, ist das spannend. Oh, ich hab ihn getötet. Sauber. Jessica getötet. Ich glaub, die meint dich sogar auch. Ha! Kopfschuss vom Saaten Ruppel! Der Barker ist hier! Achtung, der andere Bogenschatz ist auch da. Schade. Ah ja, ich seh's. Steht schon wieder da hinten auf seinem Haus. Bevor du noch vor lauter Freude stirbst. Da! Getroffen mit Kopfschuss! Joker, weg! Alter Schwede! Der Ruppel, der räumt jetzt hier auf mit seinem Bogen. Der Ruppel macht die Ordnung. 12 Schuss habe ich hier mit meinem Bogen. Ich kann drei Pfeile auf einmal laden und dann mache ich hier so einen Streuschuss, der die gesamte Gegnerparade zum Stehen bringt. So sieht's aus. Genau, wie in den ganzen Kinofilmen. Ach, wie ich mich freue, wenn ich mal endlich einen getroffen habe mit dem scheiß Bogen. Du hast zwei getroffen. Ah, was? Der Gabo und ich machen Zitteral hier. Nochmal. Sauber, Gabo. So, jetzt geh ich mal hier zu der... Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Bam! Getroffen! So, wo ist er jetzt hin? Das klingt so, als wäre da ein Gegner, wollte ich grad sagen. Oh Mann! Huch! Ich bin mit einem Schlag gestorben. Huch! Ach, schön. Ich merke, du hast Freude am Verteidigen. Ja, ich hab Freude am Sterben. So viel steht fest. Wenn ich die nicht hätte, würde ich das Spiel nicht mehr spielen, ey. Ah, dammit. Da kommt einer, da geht einer, da geht einer hoch! Hier gehen überall welche hoch. Bah, sauber. Schön gemacht. Wer war das? Krieger des Herrn. Oh, der Krieger des Heer. Wieso tötet mich mein Teamkollege? Krieger des Herrn, müsstest du machen. Aua! Der Fangen hat mir einfach spontan ins Gesicht geschlagen. Wo kam der hin? Der Schwab war plötzlich da. Und ich hab ihn nicht gesehen. Hat er mich von hinten penetriert. Der Schwab. Das mögen wir Bayern nicht, wenn uns Schwaben von hinten penetrieren. Ist dir schon klar? Kommst du auch aus Bayern? Ja, ich bin auch Bayern. Ach, ist ja schön. Sind wir beide Bayern. Ja, Freilich, wo bist denn du her? Wo gibst denn du her? Ach, aus München. Echt? Ja. Ich auch. Oh, okay. Fallschaden! So, ich hol die Flagge wieder. Mein Pfeil und Fallschaden. Eigentlich müsste ich dafür einen Punkt kriegen. Beziehungsweise, ich wohnte in München halt. Bis ich 19 war. Und jetzt halt mit 20 wohne ich schon woanders. Bist du umgezogen? Mhm. Zu meiner Freundin eben. Und das heißt aber, deine Familie kommt auch aus München? Ja, richtig. Bist du auf der Wiesn auch gewesen? Bist du so ein Wiesngänger? Selten. Also, wo ich jünger war, war ich öfter da. Aber jetzt nicht mehr so häufig. Das Problem ist, dass ich irgendwie vergessen hab, wo meine Zoom-Taste ist. Bei dem... Ach, dammit. Gibt's ne Zoom-Taste? Beim Bogen, ja. Okay. Hm. Komm, keine Gegner mehr, wo sind die Gegner hin? Ich fühle mich wesentlich zu schwach. Irgendwie. Ich brauch stärkere Schwerter, die in Flammen stehen und mit Blitzen um sich schießen. Yes! Miri! Tadam! Heute krieg ich echt mit dem Bogen einiges hin. Ich wollte jetzt auch gerade zum Bogen schützen. Yes! Wir haben... Ne, haben wir gar nicht. Nein! Liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder bei Chivalry, mehr Digital Warfare. Bis dahin. Tschö. Tschüss.